Hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Rocket League mit Chris, Dagmund und Stefan, hallo. 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 Stefan. Wen hab ich? Oh. Jetzt rasieren wir sie. Let's go, let's go. Warum fliege ich immer am Anfang erstmal in die Luft? Immer. Ja, das ist immer so, Chris. Rundschüss. Äh, du... Sound. Patrick ist Sound. Patrick rasiert, er schiebt sich gerade alle in die Luft, so hab ich das Gefühl. Ah. Neu. Oha. Ne, der geht vorbei. Hoho. Habt ihr erstmal ein episches Fahrrad hingelegt? Mhm. Hast du gesehen, ja? Aber, äh, eigene Spiele gehen jetzt kaputt. Ne, ne, das hab ich ausgeschlagen. Alter. Ja, nun mal was. Jetzt sind wir quillt erstmal. Sagst du fast vor mich, gell, ich mach ihn kaputt. Maa. Ich seh nichts, ey, ich seh nichts. Weiße, will man einfach nur zum Ball hin, will nix böses, einfach nur zum... Ja, ja, will nix böses, ist klar. Halt die Fresse, Alter. Ein Minuten, Alter. Halt die Fresse, Alter. Da, Darkmoon, wir sehen uns immer nochmal, ne? Wir sehen uns immer noch mal, ne? Und wollen uns kaputt machen. Mann! B-B-B-B-B-B. Easy vorbeigelegt. Oh, äh, fuck. Das ist ein Lappeschoss, ey. уч, alter. Oh, ich seh nichts. Ja, Seitenbeck war nicht ab. Vom eigen Tor weiß. Oho oh. Schön. Nimm, nimm. Oho. Ja, ich bin kaputt. Lol. Nimm, 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 hab ich kaputt. Ich wollte zum Ball, Entschuldigung. Ich auch. Wenn du da einfach still bleibst, bin ich nix dafür. Oh, der kommt, oder? Am Arsch kommt der. Hier habt ihr nochmal die Chance. Nee, der fällt hoch. Warum? Warum? Ich weiß es nicht, warum ich da hingeflogen bin. Warum? Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drip in my pimp. Drop it like it's hot. Sprenghuhn, oder was? Oh nein, Spur die Kante. Vollkommen, Chris. Ich hatte Angst. Nein! Hennig, kannst du auch mal irgendwas anderes machen, außer die Ahren zu zerstören? Ja, pass auf. Nein! Ich wollte gerade das epische Tor schießen, aber es ging nicht so. Danke, Stefan. Ich muss mich ja auch um den Rest kümmern hier. Der Ball war dreimal nicht bei mir. Hey, du hast mich auch schon dreimal zerstört. Nein. Außerdem waren bestimmten 50% davon nicht mit Absicht. 50%? Natürlich ist das alles mit Absicht. Und die anderen 50%? Äh, ich weiß nicht, ich will es nicht sagen, aber vielleicht schon so ein bisschen. Jawohl. Wir können es. Ja, Mann. Oh. Schön. Easy. Nein! Easy. Dass du dich einfach mal so schnell zwei Tore aufholt, oder? Stolz. Easy. Ja, das ist halt, wenn der Ball so gesehen, äh, ähm, Games-Modus entsteht. So holt man auf, Jungs. Ey, Darkmoon, verpiss dich. Oh, Sachsen, ey. Was denn? Das Handy ist schon an mir vorbeigefahren. Ja, vorbeigefahren. Das siehst du richtig. Nein, 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 nein. Easy. War den kaputt? Ach ja, Mann. Die haben weggeschoben. Nein! 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 Jawohl! Lol. Nein! Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Okay. Easy. Arschloch. Easy. Arschloch. Nein! Alter, was ist denn jetzt hier los? Jetzt wird rasiert. Wow, falsche Richtung, Jungs. Falsche Richtung. Ihr seid in der falschen Richtung. Komm, hau ihn rein. Seine. Arrrr. Wo ist der denn? Ach da. Hä? Ich hab die Kamera geswitcht, lol. Oh. Immer diese Camper vom Tor, ne? Ah, Mist. Immer diese Camper, ey. Wer war die Camper? Ja, ihr. Die Camper vom Tor. Warum? Oh Mann, Alter. Komm, ich kriege mal. Komm, ich kriege mal. Kann doch mal Kapuße machen. Hä, was denn? Oh, oh. Lass ihn lang. Oh, oh. Was? Ja, den krieg's nicht. Jawohl, Mann. wir haben zwei tore in ein paar sekunden geschossen hier alles lack 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 gesoffen stefan rasieren erst einmal das kann explodieren dabei war ich nicht wassup komm der geht der geht wie du einfach hoch hüppst ich wollte zum ball hallo schnell genug der könnte noch nicht komm 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 Oh mein Arschloch, boah, schönes Ding, Achtung, nein, oh, ja genau, Traumtor Alter, Traumtor, schönes Ding, ey ich krieg gar nix damit man, was geht denn hier ab, welches Tor muss ich denn schießen, scheiße, oh man, warum fliegt der Ball jetzt in die andere Richtung, alles behindert, alles behindert, ja man, alles behindert, keine Ahnung wo ich hin muss, ich glaub hier in die Richtung, also ich hab zwei Punkte, ich hab drei, ist das richtig, alles klar, Bauer, ohne, jawohl, es nervt, fast nervt, das ist immer in die Luftfliege, immer, oh Arschloch, oh easy, der geht, der geht, was, eine Kaffe, ja und das hast du nicht, ja gönnt euch, Oh, Arschloch, Verzächtung, wir haben alles geplant, Jungs, wir haben alles geplant, Jungs, ist klar, nein, ich hab schon nach hinten gekauft, schönes Ding, schönes Ding, superman, was ist denn der Ball, oh, hau ab, Hör auf, sag mich doch, ist der so viel Schiss, oder was, Ah, Bauer, ey, ja, weil wir in die Luft fliegen, deswegen ambushes, ist doch normal, Wovor habt ihr alle in Aaaaaaaxx, bin doch ganz lieb, und zahm, und so, Hör auf, holp, 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 Tenin, kannst du auch was machen? Ja, ich bin auch dabei, ja, Oh, der war gut, 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 jawohl, gar nix dafür, wenn die immer im Ballweg sind, der Ball war die ganze Zeit hinten, und du warst vorne, wo ist denn da der Ball? Ich weiß, ich weiß, aber ich erkläre das mal. Oh, warum hüpft er so weit? Oh, lol. Jetzt habe ich den Ball getroffen. Da hat Patrick dabei zerstört. Martin? Oh, Sachsen. Easy. Warte! Mann. Oh, Entschuldigung. Ja, alles gut. Aber jetzt bist du diesmal nicht in die Luft geflogen. Ja. Holy Crap, Alter. Akkumatisches Fahrrad. Films über Crap. Ich habe dich gesehen, Sachsen. Oh. Lol. Was? Keine Ahnung. Ist mir egal. Hauptsache gegen Tor. Ja, wenn ich euch höre. Ich auch. Wenn ich irgendwo einen Boost höre, springe ich. Boah, Chris. Du hast angefangen. Tor. Nee, mach auch noch. Gar nix. Geht vorbei. Oh. Fast. Komm, noch einer. Einer geht auch noch. Komm, gönnt euch. Es ging, dass ich hier 90 gemacht habe. Gönnt euch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Also 8-3 ist schon ein bisschen peinlich, oder? Und mir ist das relativ egal. Ja, ist doch nur ein Spiel. Nee. Klar. Es geht um nichts. Hier geht es auch um Ruhm und Ehre. Ja, ja. Um Ruhm und Ehre. Jetzt wisst ihr, wer ihr Baba aller Baba seid. Ja, ja. Immer diese, diese Möchtegern, ne? Die denken, sie wären jetzt die geilsten. Nur weil Ruhm und Ehre und so. Weißt du, die denken jetzt so, sie können's. Und ey, yo. Voll das Aushängeschild. Aber nix. Auch verlieren muss man können, Leute. Ich sag's euch. Verlieren muss man auch können. Aber noch nicht 8-3. Echt so? Oh, ich hab Fallout gekriegt. Den Fallout-Typ. Du hast 20 Punkte. Nice. Ähm, eine, eine noch, ne? Oder? Ja. Ja, okay. Ich war mir grad nicht sicher. Krieg ich hier denn jetzt auch mal wenigstens ein, ähm, ein, äh, richtiges Petit? Och nee. Was auch nee. Ist gesagt doch nicht. Ich würde dir spielen. Hallo, halt's Maul, Mann. Ich möchte jetzt hier mal ein bisschen qualifiziertes Mitspielpersonal, ja? Boah. Insgesamt schade. Nicht immer nur so ne Noobs. Die nichts können. Ich glaub, du bist zu spät mit dem Ball. Ja, mach ich doch. Flieg, mein Freund, flieg! Ich spiele mit dem Ball. Alter, ich glaub, du bist zu früh, ist zu spät auf, auf Weck gesprungen. Njuuuu. Ah, fuck, so weit, du bist zu spät runtergezogen. Ah, Mann. Ach, maaann! Schönes Ding. Probier's mal, mit Gemütlichkeit. Ah, Mann! Ich krieg die Knick'n, Alter! Boah, wo war'n wir da, doch Christ war'n wir schon wieder am Weg. Ah maaaannnnn. Unsere Turbospuren haben sich gekreuzt. Klar. Boah. Alter, die kriegt's ja auch noch. Drecksau, Alter. Sicherheit, Alter. Nein. Locker, easy. Danke, danke. Kein Max. Ja gut. Ah. Nein. Tor. Oh, 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 oh. Er geht wieder rein. Ja. Nee, geht vorbei. Wer ist ein schwerer Ballwehr drin? Hä? Ja. Müsst du mal wirklich darüber reden, ey. Ey, hallo, wir sind beide gegen den Ball gesprungen. Ich kann nichts dafür, wenn du in die Luft fliegst und nichts aushältst. Das macht krass. Komm. Das ist deiner Tag. Wer kam zu mir angeflogen? Alter, wer kam angeflogen? Ist auch wieder angefangen wie so ein Beklopter. Wow. Warte. Der Klack hat mich angefangen wie so ein Beklopter. Ich will auch ein Tor schießen. Ah. Alter, den hätte ich jetzt voll erwischt. Ah. Easy. Komm, beide hängen in der Luft. Hup, 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 hup. Hup, hup. Wird schon wieder 5-1 steht. 5-2, ja. Oh, Mann. Warum konnte ich von dir zerstört werden, Chris? Was? Warum konnte ich von dir zerstört werden? Du wirst nicht von mir zerstört werden. Das war ich, aber egal. Das ist besser. Ich war hinter dir. Und dann. Nein! Am Arsch, Alter. Irgendwann reicht's auch, ne? Irgendwann ist auch mal genug. Ja? Nicht immer so überheblich sein. Wie einfach beide einfach springen. Ich bin da aufgereicht. Nimm halt einfach mal den Finger vom Turbo, Alter. Ja, den kann ich ja nicht zerstören. Ja, dann wirst du aber eventuell auch mal einen Ball treffen. Okay, ich fahr jetzt ohne, ohne Boost. Oh, leck. Du Sack. Wir warten einfach. Sorry. Na, war alles gut. Wuiiii. Na, jetzt holen wir mal raus hier. Ja. Runde. Boah, Alter. Ey, ey. Und? Ja! Das ist schon wieder. Das ist immer wie weiß. Schön. Das war mein Daddy. Nice! Jawohl. Ah, locker easy. Aber der wär rein auf jeden Fall. Ja. Mann, Stefan. Jedes Mal dieselbe Scheiße, Alter. Echt mal. Echt mal. Ja, erst mal Seitenwechsel, hab ich gehört. Keine acht, Boris. Sieben. Keine acht, sag ich ja. Ach so, ja gut. Easy. Gut, wenn das fun ist, dann Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.